Okay, folgendermaßen, wir machen eben ein kurzes Warming-Up. Und zwar, ihr beide Gruppen spielt zusammen, ihr beide Gruppen spielt zusammen, ihr beide Gruppen, kurze Gruppen und Blau und Blau spielt zusammen. Einfach Ball rüberspielen, kurz rüberlaufen auf die andere Gruppe. Ihr habt einen größeren Laufweg, ihr habt einen etwas kleineren Laufweg. Einfach mal Ball laufen. Okay, komm, fangen wir an. Tick, tick, tick. Braucht nicht hundertprozentig Gas geben am Anfang, sondern einfach eben kurz Ball laufen. Gut. Okay, danke, reicht schon. Gelb wird zu Blau, Blau wird zu Gelb. Habt ihr wieder einen weiteren Laufweg und einen kürzeren Laufweg. Und geht, auf geht's. Einfach Ball laufen. Passt wie gerade, wolle, konzentrier dich da jetzt. Links wie rechts, gut. Okay, wieder Wechsel, wieder Gelb wird Blau, Blau wird Gelb. Laufschritt, nicht spazieren gehen. Der könnte heute Abend wieder woanders. Okay, eben kurz Stopp, eben kurz Stopp. Okay, das sah ganz niedlich jetzt aus, nur auf der anderen Seite. Was ich jetzt nicht haben will, weil ihr habt jetzt immer nur eigentlich den Querpass gespielt. Wenn ein Verteidiger reinkommt, ist der Ball weg. Ich möchte immer, dass der Spieler ohne Ball, dass du jetzt immer kurz Winkel gibst. Also ich möchte immer, dass der Ball nicht zum Hütchen gespielt wird. Hütchen ist nur da, weil es da ist. Sondern geh mal ein, zwei Meter weg. Passt, wird dann gespielt. Und dann der dritte Spieler, wenn du schon wieder da bist, auch eben kurz zum Winkel geben. Das ist nur ein, zwei Meter. Nicht zum Hütchen spielen. Okay, komm mal. Der Ball soll laufen, ist wichtig. Nicht so viel Schnitt in dem Ball. Beide Innenseiten, links wie rechts. Und nicht zum Hütchen spielen. Das heißt, ihr müsst kurz Drecksarbeit machen. Ein, zwei Meter und kurz eben weg. Merlich, wenn das nicht läuft, dann bist du Coach. Okay, danke. Blau wird gelb. Gelb wird blau. Wieder im Wechsel. Komm. Ja, und fangen wir wieder an. Kurz wieder Winkel geben. Wieder ein, zwei Meter. Vom Hütchen weg. Rückgang, gut aufgepasst. Hier war einer. Gut. Kurz den Ball eben verfolgen. Und kein Querpass spielen. Das will ich nur. Kein Querpass spielen. Kurz im Winkel geben. Gut, danke.